Gut, die ersten zwei Bosse haben wir. Dann wollen wir uns jetzt mal zum dritten Boss hier im ersten Flügel begeben. Der dritte Boss ist Trilliax. Außer er hat sich aus zwei Tonnen massiven Steinen freigegraben. Uh, das wäre beeindruckend. Zumal ich seine Hände immer noch in einem Glas aufbewahre. Sag doch so etwas nicht. Der Meister ist wieder da und alles muss ordentlich sein. Hä? Wer redet denn da die ganze Zeit? So, hier haben wir jetzt große Flächen mit grünem Zeug, eitriger Schlick und Schlickrax. Hallo Schlickrax, wie geht's? Er scheint irgendein Zwischenboss zu sein oder so. Ja, ja. Immer schön auf mich, genau. Ey, nerv mich nicht. So, das war Schlickrax. Ähm. Und jetzt kommt Trilliax. Okay. Also das ist der, der die ganze Zeit hier gelabert hat. Ich habe keine Ahnung, wer sein Meister ist. Probiert das, Meister. Ich weiß, das schmeckt euch. Meister, seid ihr das? Mit Kopf erkenne ich euch fast gar nicht. 1,3 Millionen hat er. Meister, haltet still für die Eimäscherung. Da wäre der Tankpasst verringt. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir die lassen, müssen wir die killen. Ich habe keine Ahnung. Probiert das, Meister. Ich weiß, das schmeckt euch. Ich weiß, das schmeckt euch. Schüsste. Meister, haltet still für die Eye-Masherung! Ich weiß nicht wofür, aber zweifelsohne verdiene ich diese Prügel. Ihr seht halb verhungert aus, Meister. Bitte erfrischt euch! Entschuldigt die Unordnung, Meister. So, jetzt kommen wieder die Schrubber. Ist voll mit Dreck! Okay. Ah, und wenn die Schrubber voll sind, explodieren sie. Okay. So, gleich schlägt er. Dann haben wir den Boss auch. Jawoll. Boden-Aquädukte abgeschlossen. Gut, wir machen keinen Extrawurf. Wir sehen uns dann morgen bei Königliches Arteneum wieder. Ich werde zwar jetzt bei der Nachtspitze eingeladen, aber das sind dann erst die nächsten Bosser. Dann bis morgen. Tschüss! Komm. ... ... ...